So, willkommen zu Folge 21. Ich will mir, glaube ich, noch ein bisschen was bauen. B-b-b-b-bauen. Genetics Lab. Achso, ich darf ja nichts bauen. Ich habe ja nicht genug, nicht genug von allem, so ungefähr. So, Research. Change Research Project. Tja, was sie so gemacht hat, müssen sie eigentlich nicht. Ja, die kann nämlich reparieren. Okay, die kann ich, glaube ich, mit dem... Genau, die kann ich hacken. Dr. Sheen believes it may be possible to hack these drones, allowing it to use them from... ...puller. Make-able may be available in the field, if target in the unit NSV, okay. So. Cyberdisk Autopsy? We've yet to recover one of these in functional condition from the field. The men seem to enjoy using them for target practice. At the present time, we know that the Cyberdisk, as they've been calling it, is heavily armed, but it shows no clear pattern of behavior on the battlefield. Okay. UFU tracking boost available from second heart available in Genelab. Okay. Activision module will provide us an immediate boost to our unit's pursuit speed. Affirmative. Let us focus at less computer resources. Ah, I feel burned. She's burned. Even the fastest UFOs, okay. Also, wenn ich wohl zu wenig Zeit habe, kann ich die benutzen. To bleed out instead of dying the first time, they go to zero health in a mission. The bleed out timer is extended by two turns, prevents loss of will from critical wounds. Okay. Ich weiß gar nicht, wenn man kritisch verletzt wird, dass man da einen Willen verliert. Aber das ist natürlich übelst fett, die Gen-Modifikation. Das ist eine extrem gefährliche Spezieskommander. Although not physically intimidating, the psionic power that this creature wields is perhaps the greatest threat we've encountered so far. Okay. Psionic lab available. Mimic beacon available for manufacture. Neutral feedback available in Genelab. Ne, neural feedback. Ne, neural feedback. Mimic beam in this one has been programmed to Mimic. It can be used to attract their attention to an area. Okay. Das ist sozusagen, dass sie dann da hinlaufen, okay. Psionic lab, okay, das ist klar, das kenne ich schon. Causes damage to Psy attackers and puts all of their Psy attacks on cooldown and does not reduce the attacks chance of success. Aber wenn sie es machen, können sie es zumindest erstmal nicht gleich wieder machen. Und nehmen Schaden dabei. Ach, das ist hier noch nicht ganz schlecht. Oh, hier Plasmafistel bauen wir glaube ich. Ja, die haben irgendwas adapted. Die geben mir 300. Für 3 Heavy Laser. Kann ich noch Heavy Laser bauen? Engineer. Build by Items. Heavy Laser. Manufaktur. Zwei Submit Order. Sehr gut. Situation Room. Pending Requests. Dispatch Items. Okay. Ich habe mir jetzt ordentlich Kohle gekriegt. Ich habe mir jetzt schon mal ein Auftrag gegeben werden. Ich habe mir jetzt schon mal ein Auftrag gegeben. Ich habe mir jetzt schon mal ein Auftrag gegeben. Mw. B. Ah, da ich sie schnell bauen kann, brauche ich ja keine Zeit dafür. Mal kurz hier den Thermo Generator brauche ich auf jeden Fall. X-Salt-Operation in Ägypten. Sympotage is drained 91 from our cash reserves. The X-Salt-Salt is exposed for now, but we'll go into hiding soon. 91 is ziemlich nervig. X-Salt-Salt present. Europa is it not. Und die sind es auch alle nicht. Covered Operations. Ich glaube, mein Major hat sich da ziemlich bewährt, würde ich mal sagen, ne? Loadout. Laserpistol. Ja. Das ist einfach... Hat überhaupt nicht, da hat immer ne G-Modifikation. Können ihm höchstens die hier geben. ... Secondary HUD. Ok. Immune to strangulation. Ok. Das könnte unsichtbar werden, Massive Contestation, das brauche ich vielleicht bei dem mal. Aber momentan würde ich ihn glaube ich einfach schicken. Terrorangriff. Das ist aber Folge 21. Niemand würde ich ihn wegschicken, weißt du? Ich hab jetzt wieder Honkboy dabei, weißt du, wie ich das so toll finde. Make Items as well, Level Accepted. So, Added Unit, Loadout, bessere Armor. Komm, wie soll ich das lustigere MG? Hätte ich irgendwas... Die Porsche hat wahrscheinlich einen Scope-Raum, der sich überhaupt irgendwas trifft. Customers. Wieso zum Kuckuck, hab ich ein... Oh fuck. Engineering, Build by Items. Heavy Laser, Manufacturer. Submit. Und gleichzeitig da... Oh, jetzt darf ich die nicht mehr, das hat mir das Geld dafür. Situation wrong, was ist der Grey Market? Sectorate Commander, die will ich nicht. Thin Man, wie kann ich das mal rausgeben? Termine. Ja, in China, Techs und Skyrangers... Ach quatsch, da bin ich nicht hin, ich will da hin. Build by Items, ich will auf jeden Fall noch die fette Plasma Rival bauen. Manufaktur, Submit Order, Mission Control, Terrorattacks and Skyrangers, soo, Added Unit, Loadout, einmal Heavy Laser, Added Unit, Loadout, nochmal Heavy Laser, Clear Unit, Dankeschön, jetzt habe ich noch ein Sport gehabt, immer Wads und Savvy, erstmal ein Fox, Wirklich doof, Entschuldigung, sie ist krank, ich will nicht so viele Heavys mitnehmen, Mann, das ist schrecklich, bleibt mir nicht ganz was übrig, Nehmen wir eine Runde der Fox mit, Loadout, Edit Unit, nein, Loadout, der braucht doch das Scope, die überhaupt irgendwas trifft. So, was noch, und das? Hast du mal, jetzt Tarnfarben und so? Edit Unit, Loadout, Plus my Rifle, Roll! Geht scharf! So, ich hoffe, das reicht an Damage. Klar, die Power Rifle soll noch einiges rausreiten, weil die tut richtig weh, die tut wirklich richtig weh. Ich glaube nie, ich guck, ob ich da sechs Basisschaden oder so was in der Drehe? Beginne Sword. Operation Morbid Sleep. Die Alien sind... Muss wieder Leute retten. Morbid Sleep ist ja auch mal ne geile Variante, das zu nennen. So, Reaper Man, null Saved. Squad ist klar, um die hostile Taregte zu engagieren. Schau dir Feuer da draußen. Wir haben Zivillen auf dem Grund. Repeat, Zivillen sind in der A.O. Ich habe ein Visual. Geh! 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 Wenn 70% sind eine gute Variante. BAM! Er hat mir das Gesicht. Der ist so nutzlos jetzt. Du gehst mal da rüber und guckst mal was da drin ist. Komm mal weg. Nein! Er verfehlt. Oh, Reaper Man. Das ist so scheiße. Immune. Das ist ja schon mal geil. Warum bist du die Poison immune? Ich muss auch nicht ver... Hä? Okay, da sind wir gestorben. Da sind wir da gestorben. Ah, da kann man nie retten. Das ist nun mal so. Aber... What? Wieso ist die immun? Oh shit. Ich mach mich los. 40% zu hit. 60% zu hit. 60% zu hit. 60% zu hit. 50% zu hit. Gary Fl bekommen. vermutlich ist man das immer stirbt irgendwas schießt da unten sehr gut kameras verbaggt was passiert irgendwas poison ok wenn wir zu meinen Leuten geschossen das wäre interessant ich sollte glaube den overwatch auf dem sein dass er trifft es einfach nicht dabei wenn ihr nicht alles noch jemand die zombies sind so nervig man gibt es ja nicht verlieren Deswegen hat er die Passantpistole. Doch, sieht's halt nicht. Aber wenn der mal was sieht, kann er mal mit seinem Sniper schießen. 100% Critical. Aber er muss erst mal treffen. Was ist denn jetzt hier gerade der Wurm drin, meine Fresse. Neuen Critical. Ja, das wird jetzt erst noch toll. Ja, da stehen die Leute auf. Ich weiß, Mensch, diese blöde Kamera nervt. Voll. Tot. Perfekt. Das Vieh nervt. Oh, oh. Au. Vor allem, wenn du meine Munition hast. Oh. Ekelhaft. Ich mag Teoreangriffe. Das sind so wirklich die ekelhaftesten Missionen, die du kriegen kannst. Das war immer so ewig dauert. Ja, da sterben Leute. Ich weiß es. Ja, nu. Oh. 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 Komm, mach wieder weg. Oh. 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 ich kann nur eine ganze Zeit zurückfallen und wir nachladen, das ist doch schrecklich ich bin echt nur ein paar Teidingen hier gerade, das ist so übel und Schrottfinden helfen echt Wunder gegen die Dinger, das ist so nervig nur tot, das ist wohl nächste Runde wenn ich da nix mache ja da kommen jetzt so viele Zombies angelaufen, das ist so übel ich hab schon 7 verloren, dann haben wir 2 gerettet bis zu 3 damage, perfekt, der macht den wieder weg der muss nachladen 88% na toll, der muss auch nachladen wieder am Start ich werde eher sogar noch zurückfallen mit dem ganzen Scheiße hier au das ist nämlich richtig weh, wenn die vier herankommen aua das sollte ich möglichst vermeiden in Zukunft ja stimmt der eine nach der anderen, ey, ich weiß nicht wie ich hier hätte vorgehen sollen Nö, 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 nö Du kommst jetzt mit hier rüber. Das ist ja schon ziemlich gupe. Sehr gut. Kann die mal nachladen. Der geht auf Overwatch. Der kann mal heilen. Keine Lust, dass ich mir wieder in der zweiten oder dritten Mission abkratze. Der kann nochmal ein Stück vorlaufen und auf Overwatch gehen. Also über 10 gerettet zu kommen ist eigentlich Wahnsinn. Ach ja, ich stehe halt wieder auf. Ich weiß. Du musst so viele Krysalisten direkt töten. Zumindest noch zwei. Und schon 10 verloren. Maximum 8 komme ich noch. Fünf Huftsch. Probieren wir uns mal, dass sie vorne töten. Sehr gut. Nochmal ein 10er Kritiker. Kritikstrike. Auf dem Weg. Da sind wir bitte Krüserlisten. Wir haben einen Treffschutz wieder oder was geht ab? In Bewegung. Siebenfünfzig. Komm, versuch's. Na, dann hätte ich vielleicht auch den Suppression wieder nehmen sollen. Ich will wenigstens einen noch davon töten. No Targets. Ach Gott. Jawoll. So. Ich muss da halt eigentlich hinterher auch jetzt. Das ist das Schreckliche daran. Wow, shit. Jetzt wird's lustig. Beim Terrorangriff in eine Cyberdisk. Na geil. Ich kann bloß da einschießen. Und der kann auch scheinbar bloß in die Richtung schießen. Na fett. Meine Heavy Laser Typen sind alle sonst wo. Mal nachladen lieber. Jetzt hab ich mir gleich keine Munition mehr, ey. Meine Fresse, ey. Der Cyberdisk hat drüben. Da könnte jetzt meine Support Tussi sterben. Da hab ich echt ein Problem. Out of Rounds. Nummer eins. Wo geht er hin? Bewegt sich. Nach oben. Kann ich das mit in der Rakete reinhacken, um die Binden zu töten? Ich hab mir das übelst, wenn die Viecher noch am Leben sind. Und sie schießt zu nehmen. Ey, sie sind Zombie, man. Der bewegt sich nicht mal. Genau. In Bewegung. In Bewegung. Ja. Und die Habe. Und hab ich sechs nicht mehr wegmachen, den Zombie. So Gypsy, du gehst am Gebi. Da. aber das erzeugt so ist gut aus Ehe ich müsste sehr hoch sprinten um den dort ne geht nicht mal Glückwunsch Punkte trotzdem zu machen M ja eine um um alles ziemlich schön auf der ich bin nicht mal fünf Meter gefahren gekommen so gibt es du hast dich erstmal selber am besten und bist du nämlich viel zu schnell weg da ist meine runde vor mich mal irgendwann hier ein sniper von ab wenn die küsse genug gemacht war nicht so dass er nutzlos war wie es vorher gesagt hatte aber er war nicht so nützlich wie es wie der andere Sniper gewesen wäre und Zombies wird musik ist er ist man kriegen und macht mir noch einen ganzen Rest tot und dieses halbes nerf auch ziemlich hart und nicht getrunken wäre zu schön gewesen um wir sind ja vor oberwalsch geht 44, nie so viel 27 29 30 Da hat die eh fast nischt trifft Tole Torte Ding 61, komm Wohl 10 Damage Schön ins Gesicht Nein Schade Wo mach ich jetzt mit der Ja Ja gut das war sicher Na dann kann ich ja immer Einer reinbrezen Wie der Ego für das Tole Und tot Nee Komm zu mir Das ist ja nett Das ist so geil wie die Zombies runter klatschen Oh Gott Oh 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 was ist das denn? Au Fuck Das hab ich noch nie gesehen 87, komm komm bitte weg Perfekt Perfekt Oh shit Out of ammo Ich glaub ich brauch mal ne Schreiterrakete für den jetzt Was ist das? Oh shit Oh shit Na fuck Oh Gott Das ist mir jetzt egal, ich muss ihn weg machen und mit 90% habe ich noch eine gute Möglichkeit. Tja, nur 7 von 18. Aber zumindest keinen verloren. Ich hasse solche Missionen. Das ist das Schrecklichste. Und sorry, dass ich das wieder ein bisschen rumgeflucht habe, aber boah, Terrormission. Alle anderen, okay, aber Terrormission. Er ist sogar Bomben entschärfen angenehmer. Major Gipsy Neumann, Deep Pockets, all limited use items in your inventory, one extra use. Okay, cool. Also habe ich jetzt 4 davon und 2 Smogronnets. Leutnant, Gansauge. Extra gegen Dingens. Honkboy has been promoted. Squad side. Dankeschön. Confirm. Continue. Cyberdisk Wreck. Illyrium in Alloids, Weapon Fragments. Panic in India decrease by 2. Weapon Fragments. Wo geht's hier ja ordentlich runter. Häh, ich habe hier noch ein bisschen Gelb und sonst ist alles im sehr sehr grünen Bereich. Ja, aber ich würde erstmal sagen, das war es damit Folge 21 Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald